Hallo und herzlich willkommen zum Novo Fitness Podcast. Heute haben wir Tina Kerscher, hauptberufliche Personal Trainerin aus Braunschweig zu Gast. Und bevor ich zu viele Worte verliere, stelle ich dem Publikum doch in deinen eigenen Worten kurz vor. Hallo, mein Name ist Tina Kerscher. Ich bin 57 Jahre alt und lebe in meiner Heimatstadt Braunschweig als Personal Fitness Trainerin. Meine Ausbildung habe ich im grafischen Bereich und als Fitnesstrainerin gemacht und zwischendurch auch zwei Kinder bekommen. Gut, das war eine Bereicherung für mich und hat mich auch nicht zurückgeschmissen. Ich habe trotzdem weiterhin meinen Sport gemacht. Seit 2001 bin ich hauptberufliche Personal Fitness Trainerin und nach Tanz und Aerobik ist mittlerweile hauptsächlich der Gesundheitssport mein Schwerpunkt. Mit 18 habe ich Jazz-Tanz geliebt und kam mit 25 dazu, erste Kurse zu leiten. So hat es sich dann stetig weiterentwickelt. Ich brauchte kein Startkapital und habe ausschließlich im Honorarbereich gearbeitet. Meine Zugangsdaten sind www.tina-kercher.de und als E-Mail-Adresse habe ich info.tina-kercher.de. Mein persönliches Motto, Sport braucht Spaß, nur dann funktioniert es dauerhaft. Welche Top 3 Eigenschaften sollte man als angehender hauptberuflicher Personal Trainer mitbringen, um in Zukunft in diesem Beruf erfolgreich zu sein? Und wenn du schon dabei bist, warum gerade diese Eigenschaften? Und an welcher dieser Eigenschaften hast du in den letzten Jahren besonders viel gearbeitet? Zu A sage ich nur, bleib immer du selbst. Such dir Vorbilder, lass dich inspirieren, aber bleib glaubwürdig. Entwickle deine eigenen Trainingsmethoden. Im Internet gibt es zu einem bestimmten Thema unzählige Meinungen. Probier es lieber selbst aus und finde deinen Trainerinnenweg. B fühle dich in deine Kundinnen ein. Jeder Mensch ist ein Individuum. Da reicht die Palette von Schüchtern bis zu besserwisserisch. Erkenne, wie weit du dich einbringen kannst oder wo du besser extrem zurückhaltend bist. Höre zu. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du bist nicht nur Trainerin, Trainer oder Trainerin, sondern auch als eine Art Therapeut unterwegs. C. Der therapeutische Aspekt hat mich über die Jahre immer wieder mehr und mehr begleitet und auch erfolgreich in meinem Beruf werden lassen. Dabei geht es nicht um Spezifisches, eher allgemein um die Eigenschaft des Zuhörens und Verstehens. Das schafft Vertrauen und eine gute Basis für gemeinsame Trainingseinheiten. C. Welchen Mehrwert bietest du deinen Kunden und warum behalten dich deine Kunden letztendlich im Gedächtnis und empfehlen dich auch weiter? C. Das Leben verändert sich durch Sport und auch den Spaß daran deutlich. Das spüren die Kundinnen sehr schnell und wollen darauf auch bald nicht mehr verzichten. Es gibt auch solvente Kundinnen, die es sich leisten können, mir über einige Jahre treu zu bleiben. Ich kümmere mich auch zwischendurch telefonisch um sie. Das vereint. C. Unsere nächste Frage an dich lautet, hast du dich auf eine Nische spezialisiert und falls ja, warum genau diese? C. Auf jeden Fall geht der gesundheitliche Aspekt vor. Die Wirbelsäule und somit auch den ganzen Körper gesund zu halten, ist echte Priorität. C. Das hat sich in Kursen so ergeben, da viele mit physiotherapeutischen Fragestellungen auf mich zukamen, weil sie mich für eine Physiotherapeutin hielten. C. In Klammer und halten. Auch hier wieder das Thema Empathie. C. Kommen wir zu einer weiteren spannenden Frage. C. Hattest du in deiner Anfangs- oder vielleicht auch in deiner späteren Zeit einen Mentor? C. Und was für Menschen können deiner Meinung nach gute Mentoren für angehende Personal Trainer sein? C. Ich konnte die Anfänge des Personal Fitness Trainings hier in Deutschland mitverfolgen und hatte auf jeden Fall Einflüsse von außen. C. Allerdings stellte sich auch oft heraus, dass es rein kommerziell zu ging und viele das Thema Nahrungsergänzung unbedingt in einen Kundentermin mit einfließen lassen wollten. C. Aus meiner Sicht ist das nicht förderlich, aber so hat jeder oder jede ihre oder seine Meinung und das ist auch gut so. C. Gute Mentoren sind aus meiner Sicht kreative Menschen im Bereich Sport zum Beispiel. C. Da ist es eine Art, neue Wege zu finden und Menschen mit viel Spaß und Motivation weiterzubringen und das Konkurrenzdenken außen vor zu lassen. C. Kommen wir zu einem Thema, womit sich wahrscheinlich nur die allerwenigsten Personal Trainer gerne mit auseinandersetzen. C. Und zwar geht es um den wirtschaftlichen Teil. C. Hier würde ich gerne von dir wissen, welche wirtschaftlichen Tipps für den Einstieg kannst du persönlich geben? C. Und hattest du zum Beispiel einen Businessplan und empfindest du diesen als notwendig oder kann man einfach so freie Schnauze starten? C. Also wirtschaftlich gesehen habe ich alle Höhen und Tiefen durch, gebe ich ganz ehrlich zu. C. Das sind aber rein private Dinge, die jede oder jeder selbst erkennt und überwindet. C. Du brauchst als Personal Fitness Trainer eine nicht allzu umfängliche Grundausstattung und entscheidest selbst, wie hochtechnisiert du auftreten willst. C. Das war bei mir eher das Gegenteil und somit auch kein Kostenfaktor. C. Digital unterwegs zu sein ist sicher eine gute Variante, aber es war nie so meins. C. Einen Businessplan brauchte ich auch nie. C. Ich habe kein Studio, sondern arbeite ausschließlich bei den Kundenfirmen vor Ort. C. Wie es für die TrainerInnen im Einzelnen richtig gut funktioniert, wird nach und nach erarbeitet. C. So war immer meine Devise. C. Was sind deine drei Must-Haves als Personal Trainer, vor allem in der Anfangszeit? C. In meiner Zeit war das zum Beispiel eine Körperfettwaage, ein Teraband und auch ein Kettlebell. C. Damit bin ich eigentlich ziemlich gut ausgekommen und habe dann erst während oder im Laufe der Zeit mir nach und nach dann neues Equipment zugelegt. C. Was sind denn deine drei Must-Haves und warum gerade diese? C. Also meine drei Must-Have-Items sind nach wie vor wirklich die Kettlebell, das Teraband und das Balance Pad. C. Diese drei habe ich immer dabei, also in meinem Auto oder noch besser die KundInnen legen sich die wichtigsten Materialien selbst zu. C. Das ist für alle echten Ansporn und es gibt keine Ausrede mehr, warum zwischendurch kein eigenes Training stattfinden konnte. C. Wie machst du potenzielle Kunden auf dich aufmerksam und wie sieht deine Werbung aus, also wie sieht dein Marketing aus und was ist dein stärkster Marketingkanal und warum gerade dieser? C. Da kann ich ganz kurz nur zu sagen, fast ausschließlich über www.personalfitness.de, hin und wieder natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber letztendlich doch meist online. C. Das ist sehr seriös dort und professionell und ausschließlich mein Marketing-Tool. C. Und wie schaffst du es, deine Kunden zu motivieren? Hast du hier ein besonderes Geheimnis? Gibt es irgendeinen Trick oder hast du mal was gelesen, was du jetzt seitdem jedes Mal im Training umsetzt oder gibt es da irgendetwas? C. Also ich motiviere sie durch positive, erreichbare Zukunftsprognosen beim kostenlosen Erstgespräch zum Beispiel und Kontaktaufnahme zwischen den Trainingseinheiten. Immer am Ball bleiben, aber nie aufdringlich sein. Das lernt man schnell. Siehe Empathie ist aber auch wirklich, wirklich wichtig. C. Kommen wir zu einem Thema, womit man als Personal Trainer wahrscheinlich eines Tages früher oder später zu tun haben wird. Und zwar, wer war bisher dein schwierigster Kunde und wie bist du damit umgegangen? C. Also wie konntest du die Situation für beide Seiten im Optimalfall befriedigend lösen? C. Also dazu sage ich, Professionalität und Abstand sind sehr, sehr wichtig. Aber wenn es bei Kundinnen so ist, dass sie sich komplett überhaupt nicht interessiert zeigen, zum Beispiel an deiner eigenen Person oder diverse Aussagen von dir, denn auch purer Egoismus herrscht, dann erfolgt von meiner Seite meist eine schnelle Abhandlung der Zusammenarbeit. C. Das ist so. Das kam in meiner gesamten Praxis wirklich nur zweimal vor, war aber wirklich auch eine wichtige Erfahrung. Sei es dir wert, diese Entscheidungsfreiheit zu haben, das ist wirklich Luxus. Und wenn es zusätzlich noch, in Klammer mehrfach, nah am Heiratsantrag vorbeischrammt, aber trotzdem ein gutes Kundentrainerverhältnis daraus entsteht, dann ist das Professionalität und das sage ich aus eigener Erfahrung. C. Wie bist du als Personal Trainer mit Krisen umgegangen? Also was hast du in den vergangenen Jahren über deinen Umgang mit schwierigen Situationen, also mit Krisen gelernt und welche Tipps hast du persönlich dazu? C. Ich sage, geh in dich und erfahre, wie nah du an deinem Beruf bist und ob du damit weitermachen kannst. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es immer einen Weg gab. Ging ein Kunde, kam der nächste. Immer. Bleibe so positiv, wie du nur sein kannst und lächle. Deine Kundinnen werden sollen dein Innenleben nicht erkennen. C. Etwas Schauspielkunst ist da sicher sehr wichtig. So verstehst du auch Krisen. Gespräche mit Gleichgesinnten, dem Partner, der Partnerin oder der Familie sind extrem wichtig und hilfreich. Friss bitte nichts in dich hinein. C. Und wenn wir jetzt den Spieß umdrehen würden, wie motivierst du dich selbst an Tagen, wo du jetzt nicht so gut drauf bist? C. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Passiert immer wieder mal. Das variiert sich ja aber auch von Mensch zu Mensch. Du brauchst unbedingt Gleichgesinnte. Das muss nicht immer aus derselben Berufssparte sein, aber besser wirklich Selbstständige. Nur sie können dich verstehen und in der Spur halten. Freiräume schaffen ist auch ein guter Tipp, damit du einfach einen klaren Kopf behältst. C. Und schon sind wir bei der letzten Frage. Und zwar der Beruf des Personal Trainers galt 2020 als einer der gefragtesten Berufe. Und jetzt ist meine Frage, was ist dein wichtigster Rat für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Personal Trainer zu werden? Personal Fitness Trainerin darf jede jeder werden. Das ist vielleicht ein Problem. Versuche es also unbedingt mit Fachwissen und einer echten Persönlichkeit zu trumpfen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Halbherzigkeit an diesen Beruf heranzugehen. Mal so nebenbei macht man das aus meiner Sicht auch nicht. Der Beruf zeichnet sich besonders durch deine Flexibilität aus, also zeitlich gesehen. Vielleicht ist der Weg, erstmal eine gute Ausbildung, ein gutes Studium in der Tasche zu haben, der bessere. Erfahrung ist das A und O. Aber lass dich auch nicht bremsen. Beruf ist eben auch Berufung. Ich hoffe sehr, dass dieser Beruf bestehen bleibt. Ja, Tina, vielen Dank für das Interview. Und wir wünschen dir natürlich auch in Zukunft weiterhin viel Erfolg. Und wer noch mehr über Tina Kerscher erfahren möchte oder vielleicht sogar eine Trainingsstunde bei ihr buchen möchte, findet alle Infos dazu unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fernand. featured 여기 oben imjeh evaluating ham- Ja, hier können Sie mal. Are you gesehen? Gut,arte Pharmabическиеacje von Witz! Was der toll oder warum, sodass Sie null천 disgusting sind?